Hey Leute was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays und heute spielen weiter Uncharted 4 und wir sind gerade hier in dieser Aktion stehen geblieben wir müssen hier diese Stromkasten einbrechen und den Strom ausmachen damit unser Bruder Sam kann diese Kreuz klauen und der Sully bietet ganz Zeit versucht zu unterbieten ja wir haben nur was gefunden komm 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 wir müssen aufbrechen schneller jawohl lasst die Sachen da liegen oh schon 220.000 ja man der gentleman bietet 230.000 500.000 machen wir nägel mit köpfen das gebot liegt bei 500.000 euro möchte der gentleman erneut bieten hast mir kurz Angst gemacht Victor dachte schon ich muss dich kalt machen okay versauen wir also dem Arschloch den Abend sonst noch jemand und zum ersten und zum zweiten und verkauft für 500.000 euro joh meine Damen und Herren bitte bleiben sie ruhig der Notstrom wird sich gleich einschalten es ist weg warum geht der Sully direkt weg ist weg da aus dem Weg haltet ihn hey haltet den Kerl auf was tun sie denn sie lassen ihn hin kommen sprechen sie es ist Paris gut oh oh sag dass du das Kreuz hast so Kapitel 7 Licht aus wir haben in ein Hornissenest gestoßen der Ballsaal ist abgeregelt in die Sekunde bereit Victor wo ist der Fluchtwagen komm zur vorderen Einfahrt den Scheinwerfer nach ich hole den Wagen okay alles klar ich komme irgendwie dahin aber irgendwie so entweder springen jawohl nein nein bei Gefahr gelb bedeutet auch zum schar okay das war knapp das ist knapp hier keine Ahnung oh jawohl ich glaube der hat uns ich habe keine Ahnung wohin ja toll die haben mich gesehen ich habe mich verlaufen Nathan was ist los ich wollte ja Waffen mitnehmen ich weiß Alter wohin laufen Alter die haben mich gesehen ey ich muss irgendwie versuchen Alter nein das war schlechte Idee wenn ich alles spontan entscheide dann ist es endet immer schlechte okay jetzt ichCause tiefer zum dein ich comprehensive 度 kommen 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 ich ich die verstecken wohin 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 dahin ganz leise und vorsichtig alter die haben mich gesehen wenn ich wusste wohin so langsam ich muss nach oben und mich umschauen ich verstecke mich im gras unsichtbar unsichtbar geschafft ja bis gleich bis gleich ich versuche mal durchzukommen ich habe schon motorräder da kommen gegner nicht so gerade günstig ich versuche mal im dunkel zu bleiben ich weiß es wirklich nicht wohin schade dass sie nicht zeigen wohin man muss in lauf oder ich weiß es nicht wohin dass das das problem dann meistens bei mir okay okay jetzt habe ich irgendwie den weg gefunden okay hier ist offene fenster ja warum gehe ich rein ist gut niemand hat mich genau gesehen ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus ich guck mal hier bisschen erst mal vielleicht gibt es was gutes hier versteckt irgendein schatz vielleicht wer weiß sie doch nicht so gut aus egal gehen einfach raus nix gefunden ich sag ihnen was ich sag's keinem wenn sie es keinem sagen sie haben etwas das ich will und sie werden es mir geben wirklich das schmeichelt mir aber ich bin leider vergeben sehen sie wenn sie mich jetzt entschuldigen ich bin nicht in stimmung für spielchen geben sie mir das kruzifix lady ihr glück dass ich ein gentleman bin sonst würde ich so hoch wie schlägt es mich zusammen okay gut aber wissen sie ich will das nicht tun na dann zeigen sie mal na los nathan sind sie immer so durchschaubar hey alter wie schlägt mich zusammen jetzt her mit dem artefakt welcher hat die gefakt etwas konkrechter wissen sie wie viele artefakte ich schon gesammelt habe sie müssen sich genauer ausdrücken dann will ich das mal verdeutlichen ich habe noch etwas wie wäre es mit unentscheidend ich drücke doch ausweichen ich drücke ausweichen die ich drücke doch ich drücke die kruzifixer sie zerstören viele teure sachen hier drin wenn sie nicht auffassen werfen wir uns raus ich drücke die kruzifixer ich drücke die kruzifixer in meiner gesäßtasche ja ich habe probleme gerade ich habe gerade probleme ich kann nicht rauskommen aber alle drehen durch ich will ja nicht drängeln aber walt euch verdammt nesen wo steckst du gute frage komm schon komm schon spring rüber zack boah der Rundeschild fällt runter Oh, sie ist weg. Yo. Ha, 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 ich habe dich. Ja. Ja, geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, wo ist der Ballsaal? Und wie komme ich hier runter? Naja, doch weggefunden. Hallo? Ah, jetzt. Jetzt klappt's. Muss ich doch nach oben? Oder besser runter? Schlaube runter. Ich hab keine Idee. Nach unten Richtung Ballsaal. Habe ich richtig verstanden? Muss ich nach unten? Doch nicht. Immer diese Dächer laufen. Munition sammeln. Okay, genug munition. Okay, genug munition. Oh, das war knapp gerade. Fumke. Komm, zeig dich doch mal. Okay. Muss man ja, man sieht so aus wie bei. Wo ist der Ballsaal? Wo ist der Ballsaal? Du bist fertig. Einmal. Geh mal, Mann. Wir sind ein Ballsaal. Wir sind ein Ballsaal. Ich suche Ballsaal. Leute, kann ich jetzt einfach runterspringen? Wer schießt auf mich? Jawohl, ich habe ihn platt gemacht, da oben schießt noch einer, zack, Headshot direkt. Das ist jetzt die Frage, wohin? Ich habe wieder welche Richtung, wohin muss ich laufen? Jawohl, wir haben ein Trophäe gekriegt, heimlich, still und leise, glaube ich. So. Oh, ein Nutzi. Mitnehmen. Okay, wir müssen irgendwo hier. Ist der ohne uns so abgehauen oder was? Okay, wir sind fast bei Balsall. Ja, fast. Wir sind schon fast bei Balsall. Okay, und wohin? Ja, noch ein bisschen Gegner kommt. Wir sind noch. Wir sind noch welche. Munition nachladen. Hinter mir. Oho. Wo ist der? Ey, wer schießt wo? Ey, wer schießt wo? Jawohl, endlich ist er weg. Okay. Noch ein Trophäe mit ganz vielen Köpfchen. Ah, okay. Oho, oho. Die schießen auf mich. Ich schau ab. Ja. Der hat auf mich gewartet jetzt. Ah, jetzt. Oho, Seile rutschen. Oho. Wow. So zurück. In die Schlechte reingesprungen. Mach mal. Ah. Ich glaube, ich hab genug von dieser Auktion. Oh ja. Ich auch. Alter, wie viele Gegner. Okay, Jungs. Zahnänderung. Zu viele wollen hier weg. Der Einfall ist komplett dicht. Und was jetzt? Komm zum Brunnen vor dem Balsall. Ich warte dort. Ja, zum Brunnen vor dem Balsall. Genau. Ey, ich brauche eine Mission. Ich brauche das Leben. Viel zu viele Gegner. Eine weniger. Eine weniger, ja. Nee, ich denke nicht. Nee, die kommen Gegner ohne Ende. Sogar die Granaten schmeißen die. Ja. Gib ihm Bombe und nimm seine Waffe. Jawohl. Komm schon. Da. Komm schon, komm schon. Boah, das wird gefährlich. Wir schießen noch auf uns. Okay, okay, okay. Munition. Mitnehmen, alles mitnehmen. Munition. Teilweise das Wichtigste in diesem Spiel. Ich glaube, wir müssen hier raus. Sam, hier lang. Sam, hier lang. Ja, Mann. Ich bin nicht verteilt. Bisschen Bomben hier. Ich riskiere alles. Hoffentlich hinter uns keiner. Wenn du kein Leichenwagen fährst, beeil dich besser. Alter. Wie viel Action. Hinter uns. Ja, ich hab auch mehrere. So, die schmeißen noch wieder nach unten. Ja, komm, 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 nee. Ich bin nicht. Komm, 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 nee. Ja, wir haben ein Taxi bestellt, Junge. Wo bleibst du denn? Abhauen, abhauen, abhauen. Okay, liebe Freunde, ich mach mal jetzt hier kurzer Pause. In diesen Action-Moment, genau wie immer. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, liken nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal beim Petrovich Let's Plays. Ciao, Kakao.